Noch gute drei Wochen, dann ist in Bad Urach wieder Ausnahmezustand. Von nah und fern strömen dann die Menschen wieder in den Kurort, um den traditionellen Schäferlauf zu erleben. Damit die vielen Menschen an den vermutlich heißen Tagen nicht auf dem trockenen Sitzen bleiben, wurde am Samstag auf dem Bad Uracher Marktplatz bereits das diesjährige Schäferlaufbier vorgestellt und natürlich auch getestet. Durch den Fassanstich wurde die sogenannte Vorschäferlaufzeit damit offiziell eingeläutet.